Ja Leute, willkommen zurück zum Lask Save. Ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe heute ein bisschen früher zu arbeiten aufgehört. Das Wochenende steht für mich vor der Tür. Ich nehme ja immer ein paar Tage im Voraus auf. Und ja, ich habe mich extrem gefreut über diese vielen positiven Kommentare, die ich bekommen habe zum Abschluss der Transferphase und generell dazu, wie es beim Lask läuft. Und das finde ich einfach schön. Ich möchte euch da auch mal kurz ein Lob aussprechen. Ich finde es echt cool, wie diese ganze Community so funktioniert. Also viele von euch kenne ich vom Namen her ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist einfach schön, dass man immer wieder so konstruktive Kritik bekommt. Und dann eben auch natürlich immer wieder mal lobende Worte. Freut mich wirklich sehr, dass ihr da in den Let's Plays so mitgeht. Und in diesem Jahr, muss ich auch ehrlich sagen, haben wir zwei Let's Plays, die mir beide so unfassbar viel Bock machen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit der Lask Save so viel Spaß macht. Aber durch diese finanzielle Situation ist das halt einfach mal so ganz anders krass. Und das ist eine richtig schöne Herausforderung. Und ja, macht extrem Bock. Jemand von euch hat in den Kommentaren geschrieben, dass wir vielleicht noch schauen sollten, wer so ablösefrei ist, was junge Spieler angeht. Damit wir da vielleicht den einen oder anderen noch für die Winterpause holen, um mit denen dann halt auch Geld zu machen. Also damit können wir natürlich auch gut die Finanzen in den Griff kriegen. Bevor wir das machen, möchte ich mit euch auch noch kurz so ein bisschen auf die Vertragssituation eingehen. Das heißt, schauen, welche Verträge so auslaufen und welche wir vielleicht noch irgendwie verlängern könnten oder so. Das mache ich ja immer ganz gerne im Herbst nach Ende der Transferphase. Die Transferphase ist jetzt eh schon fast drei Wochen um. Und ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wir schauen mal kurz in die Verträge rein. Und wir sehen, die ganzen Leihspieler, die laufen natürlich 2025 aus. Generell muss man sagen, zahlen wir nicht viel Gehalt für diese Spieler. Also so gesehen kann man zufrieden sein. Denn wen ich natürlich holen möchte, ist Matteo Schablers. Österreicher und Deutscher ist der. Das wollte ich gerade nachschauen. 2025 hat er, hier sehen wir es nämlich auch bei den Bayern, nur noch Vertrag. Das heißt, der läuft aus. Für den sollten wir uns auf jeden Fall irgendwie Budget überhalten, dass wir den dann im Sommer verpflichten können. Bei den anderen Laien, also David Jaunek, ist ehrlich gesagt jetzt nicht notwendig. Den habe ich einfach für die Breite geholt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass er damit zufrieden ist mit den Einsatzzeiten. Im Moment spielt er ja etwas weniger als vereinbart. Laminkamera wird sich finanziell nicht ausgehen. Oh, dessen Vertrag läuft aber aus. Ah, der Verein hat eine Option. Okay, der wird sie wahrscheinlich dann gleich mal ziehen. Wir haben 2,4 Optionen, was auch nicht wirklich möglich sein wird. Dann Monday wäre durchaus auch spannend, weil er ein super Talent ist. Er hat jetzt mit der großen Konkurrenz bei uns zu kämpfen. Aber grundsätzlich durchaus interessant. Und wir sehen eben auch, dass bei dem der Vertrag auslaufen würde. Das wäre auch so ein Spielmachertyp. Und vielleicht sollten wir den auch noch ein bisschen mehr fördern. Rosic haben wir glaube ich eine Kaufoption. 1,6. Ja, können wir natürlich nicht realistischerweise umsetzen. Wir sehen hier, der hat noch Vertrag. Da muss ich auch sagen, er performt ehrlich gesagt besser als erwartet. Ein Tor, zwei Assists in den acht Spielen. Weil eigentlich sind die Fähigkeiten jetzt körperlich gut, aber der Rest ist jetzt nicht überragend. Aber ich glaube, da werden wir schon einen anderen finden. Und Ifkic wäre durchaus interessant für die Breite, weil er halt einfach ein junges Talent ist. Da würde auch der Vertrag auslaufen. Die haben keine Option zum Verlängern. Müssen wir uns überlegen. So, wie schaut es sonst aus? Wir sehen hier, dass die Verträge von Sulzner noch auslaufen. Und von Efoni. Sulzner, da habe ich halt so ein bisschen das Problem mit der Zielstrebigkeit bei ihm. So gut die Ansätze auch sind und das Talent wird ihm auch nachgesagt. Die Frage ist 52.000, was der gerne hätte. 42.000 bis 54.000. 38.000 bis 49.000. Okay, momentan ist er Talent für vor Durchbruch. So, dass ich es rauskriege. 38.500. Ja, damit haben wir ihn um ein Jahr verlängert und er bekommt 12.000 weniger im Monat. Im Jahr. Efoni. Ja, das war mein riskanter Transfer. Den werden wir wahrscheinlich auslaufen lassen. Option hätten wir für zwei Jahre sogar. Bin ehrlich gesagt nicht sicher. Ihr könnt ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir haben natürlich noch Zeit. Aber ja, sonst sehen wir, dass die Verträge noch laufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, für alle, die jetzt hier noch bei uns unter Vertrag sind, und das sind eigentlich nicht so viele Spieler, würden wir Ablöse kassieren. Finanziell sind wir jetzt aber schon ziemlich am Limit. Das heißt, wenn wir junge Spieler noch verpflichten wollen, fahr doch mal die zweite Mannschaft an. Okay, da sind jetzt auch die von der ersten dabei. Die filtern wir jetzt mal kurz nicht raus. Okay, ja, ich kann die gerade irgendwie nicht. Nicht verfügbar. Nein, nicht verfügbar sind viele. Keine Registrierung notwendig. Das stimmt auch nicht. Ja, sonst müssen wir halt einfach so drüber schauen. Aber generell muss man sagen, dass der Kader der U18 fast leer ist, obwohl die relativ viele Trainer haben. Der Kader von, und die sind ja auch in einem Wettbewerb, und der Kader der zweiten Mannschaft ist komplett überfüllt. Also ganz ehrlich müssen wir jetzt echt sagen, dass wir da jetzt ansetzen müssen und die jungen Spieler vielleicht doch wieder in die U18 schieben. Die ganz jungen. Gehen wir mal nach dem Alter. Weil ich glaube ehrlich gesagt, dass das viel mehr Sinn macht, dass wir die unten lassen. Also die hier, damit auch der Kader von der, von, naja, von der Nachwuchsmannschaft etwas stärker ist. Wir sehen hier eh, dass das ja trotzdem noch groß genug ist, selbst wenn wir jetzt die hier oben noch ignorieren. Vor allem, ja, wir haben auch unten ein bisschen ein größeres Trainerteam. Ja, und da ist dann halt auch die Frage, wie wir mit den Verträgen umgehen. Schaut mal, bis hier unten laufen sie aus. Ach du Scheiße, die ganze Seite läuft aus. Bis hier runter. Okay, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Nikolas Polster, junges österreichisches Torwarttalent, unser aktueller Torwart Nummer 3, deswegen haben wir ihn in die zweite Mannschaft geschoben. Hätten wir eine Option. Ich frage mich gerade nur, ob man den nicht vielleicht verlängern könnte. 111 bis 150. Ja, dann ziehe ich da einfach die Option. Weil wenn man, ich möchte ihn verlängern, und wenn er von den Forderungen her nicht runter geht, dann wird halt einfach die Option gezogen. So, Eduard Haas, den können wir zum Beispiel schon mal. Also ich muss jetzt, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir eben auch bei der zweiten Mannschaft ein bisschen aussortieren und da einige zu Geld machen. Ich möchte es einfach jetzt so früh wie möglich machen. Das heißt, reinen anbieten. Und dann setze ich ihn auch noch auf die Streichliste. Wobei zu jedem Preis verkaufen ist eigentlich auch blöd. Machen wir mal so. Schauen wir mal, ob wir sie wegbekommen. Den haben wir eh schon. Den können wir vielleicht auf die Streichliste tun, weil wir es da schon mal nicht geschafft haben. Sulzner, wie gesagt, schauen wir noch. Also verlängern wir eh. Iphone schauen wir noch. Georg Braun. Jeden Preis verkaufen. Da sind schon einige dabei, die jetzt nicht wirklich viel Potenzial haben und die uns dann einfach nichts weiterbringen. Und da sieht man eh, die haben schon ein bisschen Potenzial, muss man ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen Potenzial, Geld zu lukrieren. Ich denke schon wieder schneller, als ich rede. Ne, umgekehrt. Moment. Huskic waren wir, glaube ich, beim letzten Daniel Lengauer. Der nächste, der summiert sich schon, wenn du die da alle jetzt mal loswerden würdest. Es ist halt schon ein bisschen, der ist eigentlich ganz gut. 500.000, wo stehen die 500? Hätten wir noch eine Option, was verdient er? 34.000, dann ziehen wir die Option gleich mal. Weil der gefällt mir relativ gut, auch wenn er keine gute Zielstrebigkeit hat, aber er hat zumindest einen sehr, sehr guten Marktwert. Wobei Marktwert hat er jetzt keinen bestimmten. Hier sehen wir es, da waren die 500.000 einfach eingestellt. So, wer war das jetzt? Den haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Lorenz Stadler. Ist eigentlich der nächste, gar nicht so schlechte Torhüter. Aber werden wir auch versuchen, dann wegzubekommen. Wir werden wirklich versuchen, die zweite Mannschaft dann quasi mit der U19 abzufangen. Dominik Schneider weg. Und die wirklich interessanten Talente, die werden wir uns natürlich sichern. Beziehungsweise behalten. Manuel Steger. So ein Niko Marek, 19-jähriger Rechtsverteidiger. Der ist wahnsinnig schnell und schaut mal, diese paar Eigenschaften, die er hier braucht, sind auch nicht so schlecht. Problem ist bei ihm das Mentale. Aber allgemein finde ich den als Talente jetzt gar nicht so mies. Aber Option hat man auch. Den behalten wir noch. Wie gesagt, die paar Fähigkeiten, die er braucht für die Position, die kann er eigentlich. Mental muss er noch ein bisschen zulegen, aber da sind wir schon im gar nicht so schlechten Weg. Aber es ist echt krass, wie viel oder wie wenig dann eigentlich übrig bleibt. Der ist auch okay. Da haben wir auch eine Option. Ich finde es ziemlich cool, wie viele Optionen da rein verhandelt wurden. Ist das normal? Muss die Option da drin sein? Würde mich sehr interessieren. Den werden wir auch hergeben. Ich hoffe, dass das für euch jetzt trotzdem spannend ist, das Ganze anzusehen. Aber da müssen wir halt irgendwie sowieso durch. den werden wir auch um jeden Preis verkaufen. Wir haben hier unten dann wie gesagt noch genug Spieler, bei denen der Vertrag noch läuft. Jetzt sind wir da gleich mal fertig und das sind halt eben mal alles, die die jetzt den Sprung in unsere erste Mannschaft nicht schaffen werden. So viel kann man schon spoilern, glaube ich. Den finde ich auch okay. Vielleicht kann man den vielleicht kann man dem ein bisschen Geld machen. Ja. David Fuchs auch nicht so schlecht, aber okay. So, dann haben wir die Geliehenen und dann sind wir schon bei 2026. Das heißt, hier unten der kleine Kern bleibt übrig. Da haben wir hier noch einen Ramskogler. Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Warum habe ich den auf Saisons 4-Liste getan? War ich das? Ich weiß es gar nicht. So, ich ändere auf Nachwuchsspieler und ja, wie gesagt, der spielt eigentlich zu Stamm gerade in der zweiten Liga und macht das gar nicht so schlecht. Ein Tor, ein Assist und mag wird es auch ganz gut. Vielleicht habe ich ihn deswegen auf die Transferliste gesetzt wegen dem Geld. So, wir würden hier mal den wegbekommen. Bringt uns zumindest Einsparungen vom Gehaltsbudget. Da würde man sogar 1.100 kriegen. Schaut mal lustigerweise, der will so mit allen reden, nur nicht mit Wacker Innsbruck. Schräg. So, Angebot für Schmid, Huber, Hartberg. Beteiligung am Weiterverkauf, 20%. Yes. Aber immerhin, dann tut sich schon ein bisschen was. So, ich überlege gerade, ob wir jetzt, wir haben das Oberösterreich Derby, aber ich glaube, wir werden aus diesem Part echt noch einen Scouting-Part machen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht genug von Scouting, aber ich kann da nie genug kriegen von. Und ich würde sagen, wir werden jetzt weiterhin schauen, dass wir irgendwelche, ach so, wir haben kein Scouting-Gebiet. Wir haben aber noch Scouting-Budget. Ich gehe mal auf ganz Europa. 5.800 Spieler, die ablösefrei sind aktuell und Interesse hätten, zu uns zu kommen. Damit lässt sich arbeiten, würde ich sagen. Dann gehen wir auf eine Weltreputation oder folgendes. Schauen wir vielleicht noch kurz die Auswahlliste vorher an, weil, beziehungsweise, ich überlege gerade, es gibt ja mehrere Auswahllisten. Vielleicht mache ich eine neue mit junger Talente Winter 2024. Also Winter 2024. Weil, ich glaube, das habe ich auch schon immer wieder als Vorschlag bekommen, dass ich da schauen soll, bei diesen Auswahllisten. Wollte ich nur kurz schauen. Was wird denn da gerade gefiltert? Okay, das ist schräg. Weltreputation. Ach so, die Weltreputation habe ich drinnen schon gehabt, deswegen glaube ich, ist der Vertrag zu Ende und da gehen wir mal auf OK. Sind wir bei 391. Scouting-Fokus wäre vielleicht auch echt nicht schlecht mit den Spielern, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist. Machen wir. So, und dann schauen wir, gehen wir vielleicht noch weiter runter, gehen wir wirklich auf, na, passt schon, bleiben wir da dabei. Nur hier noch im Annehmbar. Okay, 1400 Spieler, das ist zu viel. Wir können noch das Alter einschränken, maximal 19. Dann sind wir bei 31 Spielern. 84 Spieler, maximal 20. Okay. da haben wir schon mal einen 16-jährigen Griechen, ein New-Gen. Okay, in Griechenland werden wir jetzt eher nicht scouten für den Spieler, aber ich würde mal schauen, vielleicht können wir ihn zum Probetraining einladen. Ich tue ihn auch mal kurz auf die Talentliste. Interessanterweise habe ich echt noch nie mit mehreren Listen gearbeitet. Vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp. So, da haben wir einen jungen Malteser von Ravenna, der auch gar nicht so uninteressant aussieht. Den werden wir vielleicht mal scouten, das ist nicht ganz so weit. die nächsten drei Monate auf die Liste. Thomas Wagner, 17-jähriger New-Gen, schaut mal. Auch der ist nicht so schlecht. dann, ja, das sind ein paar New-Gens bei kleineren Clubs, die man sich durchaus anschauen kann. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, da sticht jetzt nichts wirklich raus, aber ich scout ihn. Marius Schmidt aus der Akademie in Niederösterreich, relativ groß gewachsen. Die drei Fähigkeiten, die er braucht, sind da schon recht gut. Ist kein New-Gen. Schauen wir uns mal an. dann, der kommt aus der Jugend von Austria, oder war auch bei Austria-Wien. Ja, kann man sich mal anschauen. 18 Jahre alt, aus Afghanistan. Da haben wir noch einen. Adlau, gut. Simmering, da sind halt wirklich die ganzen kleinen österreichischen Klubs da drin. Die Frage, ob das irgendwie Sinn macht, die durchzuschauen oder nicht. Der ist eigentlich zumindest eine gute Zielstrebigkeit. Das scouten wir auch. Lorenzo Batista. Batista-Bomb. So, jetzt müssen wir hier mal runterschauen. Ich möchte ehrlich gesagt echt ein paar größere Klubs erwischen. Hier haben wir Tromsö. Der war bei Bodo Klimt 2. Den kann man sich auch anschauen, glaube ich. So, da gibt es ein paar Lütticher-Klubs, aber ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Also ein paar belgische Klubs, wollte ich sagen. Einer davon ist da jetzt RFC Lüttich. Scouten wir mal. Ich schaue jetzt wirklich mal auf die Klubs selbst. Da haben wir einen von Carpi. Linksverteidiger, der unter anderem bei Inter Mailand war. Bei Komo hat er gespielt in der Serie C. Serie B. Serie BKT ist das die B? Ja. 29 Spiele in der Serie B. So schlecht wird der nicht sein. Dann kann man mal scouten. Komo was wolle. So. Den Haag. Finn Dicke. Schauen wir mal. Da nochmal von Zwolle. Raph Vandenberg. Weiß Anderlecht, Genk und krass, ob er Zürich sind an dem interessiert. Das wäre jetzt eigentlich eine, wo du sagen müsstest, den nehme ich blind. Schauen wir, was der Berater sagt. 200.000 bis 270.000. Das habe ich mir schon fast gedacht. Auswahlliste. Der könnte ganz interessant sein. Kapfenberg, David Heindl wird super bewertet. Warum? Na, Rapid interessiert. Okay. 20-jähriger Österreicher. Der sogar aus der Gegend kommt. Hauptsächlich 2. Liga gespielt hat. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir mit denen anfangen sollen. Ich weiß nicht, warum man Rapid interessiert ist. Aber vielleicht wollen sie einen Abwärtstrend fortsetzen. Na, auf jeden Fall solides Talent. Aber hätte er schon gern was Besseres. Der ist ja nicht schlecht. Mirko Shuzak. oder Shuzak. Die laden wir gleich ein für vier Wochen. Der sieht ganz interessant aus. Auswahlliste, junge Talente. So, da ist nämlich auch jemand interessiert. Da müssen wir dann eh schnell sein. So, da sind wir wieder ein paar Belgier. Dann haben wir Nil Viereck. Wer kennt den nicht? Der Halbbruder von Jean Kreis. So, den tun wir auch mal auf die Auswahlliste. den würde ich auch einladen. Mal für zwei Wochen. Also, man kann davon ausgehen, dass wir jetzt ein paar Probespieler kriegen, wenn wir so scouten. Aber da sind so viele noch bei ihren Clubs. Die kriegst du dann halt eher schwer weg. Inaka, Innenverteidiger aus dem Kongo. Der hat richtig spannende Ansätze. In Belgien hat er es nicht geschafft. Da bin ich mal gespannt, ob wir den vielleicht einladen könnten. Das wäre sensationell. Scouten ist halt schwierig in Afrika, finde ich. Also, das kostet uns halt ziemlich viel vom Budget. Weil es halt echt weit ist einfach. aber wieder eine von Kapfenberg, Luca Hassler. Nur am Hasseln der Typ. Almere City. Innenverteidiger, den ich aber eher auch am Flügel sehen würde, aufgrund seiner Größe. aber, ja, kommt, der war bei Ajax immerhin. Das gab man mal. Und das war es dann grundsätzlich mit den jungen 20-Jährigen oder unter 20-Jährigen. Jetzt machen wir wieder Folgendes und zwar gehen wir wieder auf Weltreputation streiche ich mal raus, aber alle, die wieder im U-Nationalteam gespielt haben oder vielleicht generell, die ein Länderspiel gemacht haben, sind wir bei sieben Leuten. Gehen wir mal auf 23 Jahre, 62 Leute. Dann sortieren wir nach Nationen und dann schauen wir mal, ob da gute Nationen dabei sind eventuell. Hier, Aserbaidschan zum Beispiel. Alles. Für Karabak hat der gar nicht zu wenig gespielt, 48 Spiele. Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber den laden wir mal ein. Kamerun. Oh, 22-jähriges Talent aus Kamerun. Steve Moué. Sehr spannend. Okay, cool. Bin jetzt schon froh, dass wir geschaut haben. Damagambia. Da wissen wir schon was, anscheinend haben wir uns den mal angesehen. Musa Yuvara. Bologna, 60 Einsätze. Der hat Serie A Stamm gespielt. Nicht gut, aber er hat Stamm gespielt. Wie hat denn der Stammspieler sein können in Bologna? Also die Fähigkeiten schauen jetzt echt nicht überragend aus. Aber ja, schauen wir mal. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Da ist auch Indonesien, Haiti, Gibraltar schon ziemlich cool. Natürlich kannst du auch ganz gute erwischen, aber ich möchte trotzdem eher dann auf Nationen schauen, die vielleicht auch für ihren Fußball bekannt sind. Zum Beispiel Iran. Aber der ist zum Beispiel ganz interessant. Das war jetzt nicht so eine ganz kleine Fußballnation. Dementsprechend habe ich da reingeschaut. Lichtensteiner. Der Noah Frick. Den haben wir uns eh schon mal angeschaut, glaube ich. Den ich generell nicht uninteressant finde. Schauen wir mal, ob wir den einladen können. Boah, die Mannschaft wird so voll sein mit Probespielern. NAC Breda aus Liberia. 60 Spieler gemacht für Breda. Zweite niederländische Liga. Kein schlechtes Talent. Ich bin gespannt, ob die alle kommen. Wenn nicht, müssen wir halt überlegen und im Einzelfall dann noch entscheiden, ob wir scouten oder ob wir es lassen. Da haben wir Namibia. Da haben wir ein Torwarttalent aus Nigrisch. Aus Niger. Ah, natürlich. Ich habe gerade die ganze Zeit an Nigeria gedacht. Ich habe immer gedacht, man sagt doch nicht Nigrisch. Senegal. Stürmer aus dem Senegal. 38 Tore in 63 Einsätzen in seiner Liga zumindest. Ich bin gespannt, ob wir die wirklich einladen können. Maccabi Haifa. Ein Filipino. Ups. Probetraining wollte ich. Und da war noch jemand. Barnsley-Torhäuter. Ein Neuseeländer. 88 Einsätze für Barnsley in der League One, also dritte englische Liga. Ja, den werden sie nicht hergeben, aber probieren wir mal. Also zum Probetraining hergeben meine ich natürlich. So, Uganda hätten wir da noch. Der sondiert gerade seine Optionen aus. Vielleicht sollte man eben sagen, dass der Vertrag schon ausgelaufen ist. Also er könnte jetzt schon. Ups. So. Schauen wir mal. So. Bisschen gescoutet hier. Schön ist das. Jetzt bin ich gespannt, wie viele wirklich kommen. Verfügbar für die O8 sind die beiden wieder. Das passt. Abgelehnt. AFA Inaka. Den müssen wir auf jeden Fall scouten. Den habe ich eh auf der Ausfallliste, weil ich glaube, dass der richtig interessant ist. Ganz ehrlich, bei den Fähigkeiten würde ich gleich mal nachfragen. 41.000 bis 62.000, das ist ja nix. 1,98 groß. Na ja, warten wir mal ab, was die Scouts sagen. Noah Frick wurde abgelehnt. Ja, Lichtenstein ist nicht so weit weg. Scouten wir halt mal. Dann Samani. Wo ist das? In den Niederlanden. Der hat, der spielt irgendwo unter Klassik. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der was ist. Die haben es akzeptiert. Dann haben wir abgelehnt. Der ist aus Uganda. Da würde ich sagen, lassen wir es, weil in ZOM haben wir genug Spieler. Torwart brauchen wir glaube ich auch nicht unbedingt. Die haben akzeptiert, der 16-jährige Grieche. Andino ist abgelehnt worden von Maccabi Haifa. 34 Spiele in einem unterklassigen Klub. Okay, ja. Der ist 33. Ich werde da nicht mehr nachhaken. Der wäre vielleicht auch ganz interessant. 23-jähriger Senegalese. Ich scout mal. So, Angebote hier. Sehr schön. Also die hat er jetzt eh schon angenommen. Den haben wir auf der Streichliste. Und jetzt kommen die Probespiele. Auf den 16-jährigen Griechen bin ich gespannt. Iphone steigt wieder ins Training an. Ich hoffe, dass der jetzt endlich mal ein bisschen fitter bleibt. Momentan läuft es mit ihm ja nicht so. Oh, okay. Der scheint wirklich weit, weit weg zu sein. Das sagen zumindest die Scouts. Aber da sind zumindest ein paar gelbe Fähigkeiten dabei. Die Zielstrebigkeit dürfte ganz gut sein. Warten wir mal ab. Tolles Talent nahe an der ersten Mannschaft. Der Mikko Susak. 20-jähriger Kroate. Der würde auch ganz gut passen, weil wir sowieso einige Kroaten haben. Vielleicht können die da so ein kleines Grüppchen bilden. Und das ist dann von der Eingewöhnung her ein bisschen leichter. Den Rest schauen wir uns dann an. Hier haben wir auch die Optionen gezogen. Duwe trainiert nicht gut. Das ist nicht gut. Eins unserer Top-Talente. Dafür hier ein paar andere Kandidaten. Tobias Lawal trainiert gut. Den werde ich jetzt wieder in die Mannschaft drücken. Es war ja so abgesprochen, mehr oder weniger, dass wir den Schubert jetzt mal zwei Spiele geben. Aber jetzt für die nächsten Partien machen wir es wieder anders. Oberösterreich-Derby. Ried gegen den Lask. Fans und Vorstand erwarten ein Unentschieden. So, Georg Braun wechselt eventuell auch. Auch wieder 25.000. Wenn du da 10 verkaufst, kannst du ein bis zwei Spieler für die erste Mannschaft holen. Also, das ist nicht so schlecht, finde ich. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ich würde sagen, die Aufstellung machen wir noch. Potsmann leider müde. Da wird der Ifkic heute reinrücken. Da müssen wir dann schauen. Mit den beiden Spielen. Er ist noch nicht ganz fit, aber können wir mitnehmen. Schablas ist eigentlich auch ganz schön überlastet. Sonst nehmen wir den Ingulic werde ich mal mitnehmen. Lassen wir den Ingulic spielen und links hinten. Wen haben wir denn noch? Potsmann eigentlich. Aber der ist noch müder. Also muss da der Schablas jetzt durch, hätte ich gesagt. Dann haben wir Horvath, der müde ist. Kamara. Wie lange fällt ein Prank eigentlich noch aus? Zwei Wochen, okay. MZM würde Monday auch ganz gut passen. Weil Kamara ist wirklich müde. Und dann haben wir rechtsaußen noch das Problem mit der Müdigkeit. Da hätte man theoretisch den Weichselbraun wieder. Der könnte nach innen ziehen spielen. Ist auf jeden Fall nicht so ein schlechter Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Schmied wäre jetzt schon langsam auch wieder ein Kandidat. Ich werde den aber heute glaube ich wieder einwechseln. Mit der Qualität der Mannschaft bin ich heute nicht zufrieden. Sulzner zentrales Mittelfeld, den nehmen wir noch mit. Ja, schauen wir mal. Wir werden dann sehen, wie das Spiel läuft. Wichtiges Spiel natürlich in Oberösterreich, gerade gegen den Rivalen auswärts. Wir werden alles reinhauen, was wir da jetzt noch zur Verfügung haben. Und ja, die nächsten Partien dürften sowieso jetzt ganz interessant werden, weil das sind jetzt die gegen die vermeintlich leichteren Gegner. Das heißt, da dürften wir uns einige Punkte wieder ausrechnen können. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder dabei wart heute bei diesem sehr ausführlichen Scouting-Part. Und ja, bin gespannt, was so rauskommt bei den Spielern, die wir zum Probetraining geladen haben. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao.